hey leute willkommen zur nächsten folge mass effect 3 so wie gesagt gehen wir jetzt ab in die nächste mission da wir auch nicht so viel auswahl haben werden wir das geheime artefakt suchen so da haben wir das dann landen wir mal negativ alle kanäle auf allen frequenzen gestört die mission ist höchst riskant die sache ist zu wichtig jetzt oder nie shepherd es geht um meine heimat ich muss gehen dann ab zum shuttle es geht los gut also java kommt auf jeden fall mit wenn wir noch mit wenn hat man schon lange nicht mehr ashley hatten wir lange nicht mehr ja das aber eigentlich auch nicht oder ich weiß es nicht ich würde gar nicht mal mitnehmen gut diesmal wurden meine waffen endlich mal gespeichert so hier ist alles gut und du behältst auch die beiden genau modz sind installiert vier punkte haben wir die können wir entweder auf zielen singularität schockwelle oder werfen setzen ich würde mal schockwelle upgrade so garis hat sieben punkte was machen wir da da machen wir mal den betäubungsschuss so und die panzerbrechende munition können wir auch noch machen und bei java haben wir nur zwei punkte da können wir leider gar nichts machen gut dann geht's los so ja haben sie noch etwas über dieses artefakt die koordinaten der ratsherren gehören zum tempel von athain meine mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen er ist mehrere tausend jahre alt und aus irgendeinem grund wird er über geheime regierungsgelder finanziert klingt als wären wir auf der richtigen spur was ist wenn wir zu spät kommen mein volk stirbt da unten nicht mehr lange wir finden den katalysator und retten tessia wird schon schief gehen hey anschnallen das dürfte turbulent werden das kann nicht wirklich passieren meine heimat sieht übel aus aber wir können hier oben nicht bleiben zu ungedeckt dann runter ist unser ja bin ich also wenn da oben alles ungedeckt ist sollte unser shuttle vielleicht mal weg so ich möchte hier nochmal die kann ich nicht lang gut ich habe gerade so ein geschütz gefunden dann lass uns mal krachen so ja ja da oh kacke da kommen auch noch welche und da muss ich die noch platt machen ja keine angst ich bin da mach ich doch gehst du weg nein nix nein nix nein nix oh ich will den jäger in der luft sehen sofort stoppen sie das los wird erledigt ich brauche die position unserer scharfschützen ja wo ma'am kommander ich bin lieutenant kuren wir haben sie erwartet mein befehl lautet dieses raster unbedingt zu halten barriere abstützen aber unser quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine leute hier raus das hier ist wichtig wir brauchen ihre hilfe sie müssen mir schon einen guten grund zum bleiben geben für einen haupt schutt opfern wir nicht unser leben wir wollen zu einem relikt im tempel es ist wichtig darum geht es hier einer unserer außenposten hat versucht die wissenschaftler dort zu erreichen aber der kontakt ist abgerissen zu geht es sich um die die Nein, wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Wir haben eine Superwaffe der Proteaner, damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner, hm? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Kuris, Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Das werde ich. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt, so brennend zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die Nächte. Vorsicht! Äh. Danke. Da muss ein Ende haben. Bleiben Sie zornig. Das brauchen wir, um die Sache durchzustehen. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. Moment, ich würde gerne mal. Nein. Ja. Ja. So, macht das doch Spaß, wenn der Kopf einfach mal wegfliegt. Sieht sicher aus. Und jetzt Tempo runter von der Brücke. Ja. Machen wir schnell. Dann schauen wir mal, was uns noch erwartet. Auf den Gebäuden ab. Wir haben Feuer vor. Oh, jo. Äh. Nein. Verdammt sollen Sie sein. Bleiben Sie konzentrieren. Ja, Mann. Diese Dinger schlachten meine Leute ab. Dann fallen Sie es Ihnen doppelt zurück. Kanteilen und in Deckung gehen. Warum hängt da? Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Und du lässt mich mal in Ruhe. So. Auf die Planken achten. Sie dürfen uns nicht umstellen. Das werden sie nicht. Sie werden schon da hinten sterben. Wenn ich einen sehe. Na kommt. So. Gehen wir mal ein bisschen da ran. Sie hören einfach nicht auf. Ja. Wie bringen sie dazu, dass sie aufhören? Wenn sie nicht mehr leben. Ah, da kommt immer mehr. Aber. Ich denke mal, bald haben wir es geschafft. Oh. Bloß nicht in diese Dinge reinrennen. Die kommen ziemlich weh. Die Tür vor uns könnte der Ausweg aus diesem Mist sein. Äh. Ja, ich bin vorschlagen. Dann gehen wir da mal. Mal schnell hin. Ja. Ähm. Ja. Wir machen dann mal eben. Oh, verdammt. So. Äh. Ich würde mal sagen. Ich hab ein Problem. Gottverdammt. So. Hier. Alles drauf da. Nein. Komm her. Die ist richtig fies. Okay. Autschi. Egal. Hauptsache, Liaba ist wieder da. Uh. 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 Okay. Lass mich hier weg. Liaba macht keinen Scheiß. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das große Viech... Nein, es ist nicht tot. Dann werden... Oh, oh. Oh, oh. Hier ist jetzt mal töten. Haha. Oh, 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 oh. Geh weg. Oh, oh. Oh. So, komm. Das war's mit dir. Äh. Oder auch nicht. Autsch. Uh. Nein. Was? Fuck. Das war's doch nicht mit der. Ja. Probieren wir's nochmal. Nein. Ähm, ähm, ja, ich, äh, hab eventuell ein Problem. Huch, das war nicht geplant. Gut, versuchen wir es noch ein drittes Mal. Diesmal schaffen wir es aber. Vielleicht. Hoffentlich. Erstmal würde ich gerne die beiden hier töten. Die nerven uns dann schon mal nicht mehr. So. Du frisst jetzt erstmal das. Das und das. Ich muss mehr damit arbeiten. Ein paar Granaten wären vielleicht auch noch gut für dich. So. Und nochmal ein paar Granaten rein da. Diesmal kriegen wir dich. Bin ich mir sicher. Nein, das wirst du nicht machen. Jetzt hab ich dich. Also gut. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Arschloch. Gut. Der Kampf war doch schwieriger als ich dachte. Dann würde ich aber mal sagen, äh, weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, werdet ihr dann kommentieren. Und zur nächsten Folge wieder einschalten. Das könnte ein Weg für uns sein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Euer Christian. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020